Na gut, hab ich einen Vorteil, weil, was heißt Vorteil, wenn man auf den Titan muss, wenn man das wegsetzt. Ich habe auch extra alle Armour-Sets weggetan, die ich nicht brauche, damit das mit dem Swappen schneller geht. Ja, der Swat. Hat sich halt gelohnt. Ich glaube, bis dahin gehts ja schnell. Du bist, wenn nicht der hässliche Ammo-Farm-Part wäre. Der geht aber eigentlich auch relativ schnell, ich habe das irgendwie länger in Erinnerung. Mehr PTSD davon. Kommt da leider gerade davon auf, denke ich, wie plackier man ist. Mit Upper Special gehts. Oh. Oh. Er flincht mich auch. Oh. 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 Noo. Oh. Oh. Okay. Ja, frag nicht nach dem alten. Ich habe vergessen, meinen Overload-Mod mitzunehmen. Peinlich AF, aber it is what it is, ne? Ich bin zurück, jetzt könnt ihr Flawless machen. Genau darauf haben wir gewartet. Das war die Intention der Ente. Ah, klar. Wichs-Armor-Mod, Mann. Ja, wie gesagt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, also nach dem nächsten Mal Drogonen muss ich, glaube ich, kurz ein Tuch holen. Glaube ich. Und du wüsstest, wie oft wir hier immer, also an diesen Drogonen immer gestorben sind. Hier mit Dings, mit Cemsey und den anderen. Also ich weiß nicht, ob der Cemsey auch dabei war, aber die Leute. Oder mit den Ledermännern auch. Es war immer so anstrengend. Vor allen Dingen damals gab es ja noch diesen einfach nur weh drücken und die Wand da halten, ne? Das Ding ja damals noch. Haben auch viele nicht hingekriegt. Legitim, nur weh. Ja, aber die Leute sind immer gesprungen oder whatever und dann war halt over. Und ich fand auch immer, wenn du langsam gelaufen bist, war auch einfacher. Aber es hat die Leute auch nicht gejuckt. Die sind immer Fullspeed durchgerannt und dann sind sie so an dieser Wand so rumgejickelt nach oben. Ja, sind an dem Ding gestorben und haben sich dann gewundert, dass sie sterben. Ach, Digga. Ach, irgendwo ist ein falscher Mod drauf, ja. Ich schaff's mit meinem Mods heute. Ja, ich mach's mit. Ach so, ja. Da war er was. Ja, ich muss unbedingt, ich muss generiert, der 100 mindestens haben. Aber ich vergesse es irgendwie immer. Das ist wie, dass ich immer noch nicht Hogwarts vorbestellt hab und fucking Dings. Ich hatte's schon die ganze Zeit vor und mach's aber nicht. Das ist fucking witzig. Besser nicht. Ich hab Angst vor den Dinger. Ja, ich auch. Let's go. Aber bis hier ist man ja schnell. Ich find's schade, dass die Vision of Conference, by the way, man so hated wurde. Ich find die geil. So 1000 Schuss in meinem Magazin ist voll cool. Ja. Habte man auch sehr viel gespielt, dass sie rauskamen, aber dann... gut, weil es nicht so meine Scout-Zeit. Ah, Scout ist halt auch all ass, aber... Zeit am Endgame, ne? Ja, meistens noch ganz fein so, aber... Oh, da gibt's ja Weibern. Die existieren ja auch noch. Ja, als Jutt ist tot. Die erste in der Mitte brauchen wir gar keine Rocket benutzen. Die stirbt halb an, wo sie hat. Bis sie in der Mitte ist. Genau. Okay. Die ist nicht so schlimm. Ich kann viele Leute nicht weiter beantworten, und... Ja... Das war's. Das war's. Das war's. Das tut noch? Ja. Ja. Ja, die Nutze hier hat nochmal gedacht, die kann mich nochmal backstompen. Das war's. 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 Okay. Das war's. Okay, wie ist die jetzt einfach one hit gestorben. Das war's. Ja. Ja, überall kommen nochmal welche. Das war's. Okay. Die hat irgendwie überlebt. Okay, ich hab noch zwei Schuss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin schon tot. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und dann denk mir warum krieg ich keine Dings zurück. Falsches extra dabei. Ja, das war's. So, das ist mir auch. Das war's schon. Der erste. Das, das glaubt. Das war so der Anfang. Das war der erste Flip. Ah, das war. Der erste Flip. Ich bin dann direkt so weit. Ich auch. Ich hab's. Ich hab's den Overload jetzt dabei immer was wir ansprachen. Cool. Schuhe 2 1, 2 1 1 2 2 4 Warum ist der Emo? 1 2 2 1 2 2 3 4 5 1 1 2 2 4 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 1 5 1 3 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 6 10 1 2 2 2 4 5 6 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 14 15 16 20 20 10 10 20 10 10 10 11 12 11 12 14 15 12 15 15 also fast im dritten run gut aber geht es halt auch ich würde mal sagen wenn wir nicht verflossen werden wir hätten wir denn jetzt schon liegt ja schon dreimal ja 3 2 1 1 1 2 3 Ich warte noch auf die Animation Jetzt Ich bin Ich kann auch jetzt schon aufhören und Orakel gucken Ja 1 2 Du hast die anderen Bänder Ja 1 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 7 5 5 5 7 8 9 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 19 19 21 20 20 21 21 Ich bin Ich bin Ich bin so toll Vorrateltoten Ja Hast du Eins Drei Drei Ja Tauchen und Leinwand Eins Zwei Ich bin Ich bin da Macht das Dino weg Äh Ist offen Lass durchziehen Also Templer Ist schon clean Wir sind Clean im Templer Geworden Am Anfang noch jedesmal einen pool gedippt und jetzt Am Anfang haben wir richtig den Pool gesmashed Alter Aber jetzt Wer ist der Pool Ich weiß schonmal wie der Pool heißt ich schwitze jetzt schon warum muss das machen das drogonen labyrinth manche werden wegen was anderem wet alter ich werde wegen so bippo papien wet aber anders ok bruder du weißt nur lgb stein brauche ich aber so ein pool oder so wo ich mich richtig entspannen kann ich auch genau das gleiche problem wie du der mir nur auf den kopf tippt und sagt du schaffst das ist nicht so schlimm nicht die welt bis zur scheiße aber heute sprud ist er war nur war doch nur ein für den boss halt braucht lukas nicht nur eine klimaanlage und ein handtuch er braucht die ganze die abteilung galleria kauf es wird niemand kommt gerade niemand sollte eigentlich nicht reichen nein die sich nur zu also jeder hat schon weg stecken ohne irgendwas sollte ich glaube ich nicht können aber du weißt du das ist wenn du was schloss macht das immer müsste ich sollte bei diesen hapien da du das wird schon würde so bei dings zu Ich würd auf Eagle scheißen, ich würd ganz entspannen, Boost Swing, Boost Swing, ich würd so gar nichts riskieren. Aber ich sag dir ehrlich, auf Warlock würd ich da rüber, weil ich skate. Aber so wie ich mich kenne, kann ich überall skaten und da im Flawless Try, alter geht ich da mich mit Wellaber sowas von runter. Mal kurz noch der alte 4-Button Spam. Hey, Boost Swing. Aber dann krieg ich ja kein Shader, wenn ich dann alte 4, das ist ja kacke. Das ist so schade, niemand von den Lowman Leuten, die ich jetzt in den letzten Zeiten gelernt hab, mögen WoW. Ja. Also, ich weiß auch warum, weil die Payload und der erste Entente halt ass sind. Aber, wasser? Ja. Generell ist, machst du in dem Trio halt so gut wie nix, ne? Ist halt echt sauviel warten, ich kann schon verstehen, warum die Leute das hassen. Ich bin soweit. Ja. Mental. Ich hab auch diesmal Overload dabei. Ja. Ich check mal kurz, ob ich Overload dabei hab. Ja. Ja. Ich verstehe es auch. Es ist halt boring. Es ist halt so. Und du machst halt nichts, ne? Es ist halt nicht irgendwie... Also, ich bin zum Beispiel Garden, find ich's vertritt eigentlich ganz cool. Ähm. Ich hab ein Last Rush am Kultzen, aber Open Swaps ja jetzt ass. Den, ja. Den End Boss würd ich mal gern noch zu zweit machen im Garden, aber... Nice. Schultern nach TP. Äh. Ich glaub, der geht sogar. Ich glaub, der geht sogar. Der hat den damals ausprobiert zu zweit, wo der so frisch rauskam. Ich glaube, du brauchst nen Mods, sonst kommst du nicht auf den Damage. Aber, don't quote me. Unser Problem, unser Problem war damals noch, ähm, die Geschwindigkeit zu haben. Dass du... dass das ausgeht, irgendwie. Aber... Ich mein, mit dem ganzen Stuff, was du jetzt hast. Aber, ja. Du hattest halt damals auch diesen, diesen Bug noch, ne? Mit den... Mit den Ammos, dass du die 5-Stacks permanent hast. Naja, das war gut. Das war halt auch sehr entspannt, so. Da hab ich mal nen Duo ganz gut gemacht. Ja, und ich mein... Ähm... Last Rush hatten wir ja an sich auch ziemlich Glück mit den Mods und halt mit dem... Ja, Last Rush haben wir halt zu ner Zeit gemacht, wo dann noch Piss einfach ist. Ist lustig, weil da irgendwie kurz danach halt... Aber nur Shuro, ne? So Shuro war das einzige Wut. Also, war ja auch nicht schwer. Muss das halt mit dem... mit dem E-G-Edge hinkriegen. Ja. Und Driven fand ich eigentlich echt spannend. Driven ist Piss einfach. Nein. Oh, stopp. Das ist ein Dead End. Ich hab mal einen Brick an die Wand gelegt. Haha, nein. Ja, ich hab mal wieder also, ne? Das ist jetzt nichts Neues. Ich weiß, aber... Bei mir dauert es wieder besser. Also, was ist denn? Ja. Also, alles gut. Jetzt nicht so hinterher. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt das mit der Raid machen, ne? Wenn die da Konters, also wenn die so auf Day One scheißen und Konters Mode rein. Also nur... Two Day Contests. Find ich schon mal slow. Also, ich find's halt schade, dass es... Wir hätten in meinem Meinung nach auch zwei Embleme machen können. Oder muss doch nicht... Ja, ja. Ja, genau. Mach zwei Embleme. Das hat viele... Oder meinetwegen noch so ein... Yo, du hast Day One-Titel oder so. Keine Ahnung. Oder du kannst... Äh... Keine Ahnung. Du kannst dadurch den Guild auf deinem... Auf deinem Raid-Titel irgendwie nur schaffen. Wenn du halt einen Day One hast. Weißt du? Und Day for Day Two kriegst du ein... Da hab ich ja schon lustigweiner. Ja, da wär halt richtig das Geflammer. Da wär wirst du ein großer Großalter. Ich hab meinen Raid-Titel. Aber nicht Guilden ohne Day One. Ja, aber weißt du, dass das Ding ist? Emblem ist einfach. Karon, das ist das einzige, was die Leute haben. Oder halt Karon und... Bei Shader wird die Community auch wieder explodieren. Ja, aber das ist wahrscheinlich ein guter Shader ist. Nee, wahrscheinlich ist ein Rand Shader, den keiner benutzt, weil sind wir ehrlich. Äh... Dann sind die Leute herzlich willkommen. Ich hab das nicht gemacht. Der Shader war eh hässlich. Naja... Ich find's ein bisschen, ja... Ah... Ich mein, das ist okay, weißt du, wenn sie sagen... Ähm... Wir wollen halt auch für die Leute die zwei Tage... Dass du halt auch schlafen kannst, dass die Leute die halt Freitag... Ja, mach zwei Embleme und Day One trinken beide Embleme und Kontostritt nur eins. Ja. Dann. Aber das... Problem ist schon, dass jeder nicht sauer. Ich mein, weißt du, für mich ist Freitag auch nicht geil. Ich bin da... Ich bin auch am überlegen, ob ich dann da irgendwie meine Präsentation halt und sofort dann mich verpisst, so schnell es geht. Mich irgendwie noch zwei Stunden hinlegt. Ähm... Ich kann's ja verstehen, dass Leute nicht den Aufwand dafür machen wollen, aber... Ist halt ein Hot Take dann zu sagen, haben sie es auch nicht verdient, ein Dings zu haben, ne? Aber... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, weißt du, wenn du halt... Es ist halt Day One, so... Ja, es ist die Activity einmal im Jahr. Ja, also entweder nimmst du dir halt da im Voraus irgendwie frei dafür... Oder wie auch immer, keine Ahnung. Oder du hast es halt nicht so, keine Ahnung. Wenn du es halt nicht hast, geht halt auch nicht die Welt und dann, aber... Ja, weil, ich mein, die Leute sagen es ja immer, es juckt halt keiner. Nach zwei, drei Wochen machen die Leute ihr Emblem mehr raus. Ist ja auch true, aber es ist halt trotzdem nice to have so. Und aber, man muss halt auch sagen... All die Day One Embleme, finde ich jetzt... Also bis auf Garden oder auf... COS. Die hätte ich gern. Weil... Die haben halt auch nicht... Ja, das hat halt alle nicht gemacht. Also, zu der Zeitpunkt, wo die rauskam, habe ich nicht gespielt. Weder Garden noch Crown. Crown hätte Sterne, der worden gespielt. Ja. Das war doch auch der Wii, dass sie launch. Also ich war da auch nicht full dabei, weil... Das war ja so 0 Uhr an einem Dienstag oder so, wo der scheiß gelauncht hat. Echt? Ja. Äh... 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 Finde ich sehr schade bei Crown of Sorrow. Aber Sterne. Ich fand auch den, äh... Trio Boss, den wir damals gemacht haben, cool. Hab ich leider nicht auf Trio gemacht. Wollte ich ja mehr, aber... Mh... Wir haben nur Boss. Äh... Damals waren... War das mit dem, äh... Lawless Trio noch nicht so Dings. Ja... Das war auch... Das war auch... Ja... Ich fand das war aber auch irgendwie immer so ein... So ein Ding, was... Mich so... Weiß nicht... Das machen nur so krasse Leute. Aber irgendwie... Äh... I don't know... Muss man dafür... Muss man für... Für ein Trio Walk zum Beispiel... Muss man ja krass sein? Ich glaub nicht, ne? Ja... Dein Trio Walk kannst du ja legitim auch einen Rentner durchcarrien. Der wartet hier in dem Encounter einfach nur draußen. Weißt du was ich mein? Ja... Naja... Das stimmt. Und die eine Seite spielt mit Relikt. Ja... Dann ist ja... Dann kann ja schon fast gar nichts mal schief gehen. Ja... Die eine kann halt mit Nails oder runterschieben. Die andere spielt mit Relikt. Und der andere wird Schild dann einfach und darf halt nicht sterben. Aber... Der kann... Weißt du eigentlich was er im Thronraum machen kann? Der kann sich ganz hinten hinscheln. Der kann sich einfach hinten hinscheln. Naja... Overlord dabei... Ja... Bitte... Als würde ich das vergessen. Ja... Ich hab's dabei. Trotzdem danke. Ja... Das stimmt. Ja... Ich glaub sonst alle anderen... Freeman müsste man schon was machen. Ich fand tatsächlich DSC von denen, die wir bisher gemacht haben, am schwierigsten, ne? Ah... Einfach nur weil die... Ich weiß nicht... Dieser Flip am Ende beim Boss war... Fand ich schon irgendwie... Hat das schon am... Am schwierigsten dargestellt. Garten fand ich war halt irgendwie schon Piss einfach. No... Wow... War ja auch irgendwie nicht so schwierig. Ne... Wow war super fast. Da war halt echt nur der... Der dritte, ne? Wo du ein bisschen reinkommen musstest mit den Spots, wo du... Oder mit der Rotation, wenn du ablegst. Aber das war ja eigentlich auch... Zwei, drei Tries, bis das trennen war. Ja... Dann wär auch gut. Ja... Also ich hab zwei Pricks, XT. Ne... Wir können ruhig noch weiter machen, alles gut. Ich hab... Eins... Zwei... Zwei... Ich weiß nicht, was ich da geschafft habe. Aber da... Da hab ich irgendwie einmal zumindest geplatscht in meinem Leben. Ja, da haben Triss und ich aber auch einfach... Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Das war einfach Trailer runtergerannt. Aber sonst... Die US fand ich cool. Eigentlich... Weil doch das hat irgendwie immer was zu tun. Ja... Den Trio-Gaden von... Von Trio-Gaden ist besser als der normale Laden. Ja, ja... Der normale Gaden ist halt Piss einfach so. Du kannst halt auch einfach auf K gehen. Und lasst du es sehr gut damals, was cool ich kann. Jetzt wär's gleich hier nur halt... Äh... Queenswalk wär halt so ein bisschen pain, aber... Ich glaub, wenn du da reinkommst mit den Boosts und allem drum und dran, dann geht das auch. Kann ich nur einschätzen, weil ich hab das immer... Äh... Mit Finisher gemacht oder halt mit... Äh... Mit der Diamondlands. Äh... Diamondlands war ja das Einfachste, was es gibt. Weißt du... Da hätte ich den Solo gerne gemacht, weil das war zumindest noch ein bisschen schwieriger. Es gibt ja Leute, die haben damals den Solo gemacht, wo du mit Salvation Strip... Undercrash durch die Wall brechen könntest und das ist einfach... Also wenn du... War das dein erster Solo? Äh... Oder hast du es schon mal? Ja, ich glaub, es war mein erster Solo, aber dann hatte ich so dieses... Ey, ich kann mir das nicht geben... Das war halt so voll low. Ja, das ist halt echt voll low, man. Und dann hab ich's mit... Äh... Was war das? Ich glaub, Diamondlands oder Finisher. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaub, es war Finisher. Äh... Wo du noch Prospector oder Anarchy glaub warst... Vorne hingeschossen hast, damit der erste... Ähm... Anarchy war das Solo. Der erste Fall lang zu Low ist, dass äh... Finisher bewahr. Okay, ich würd jetzt anfangen schieben. Ja. Dann hebe ich jetzt die Abilities auf. Aber es war halt... Ja, wie du sagst, ne? So... Das Ego hat er dann halt... Gesagt so... Ne... Ich... Will den Legit noch mal haben, weil irgendwie... Ja, klar. Solo, Greensward... Nur Servation Strip, weiß ich nicht. Steht halt leider im Raid Report drin bei mir. Ja, das fack mich ein bisschen ab. Ich hab da leider keinen Solo. Das lustig, weil... Ich wollte das noch mit der Diamondlands machen. Und einen Tag bevor das... Bevor das disabled wurde, das Game... Oder die Diamondlands, glaub ich, wurde nur das disabled. Äh... Wollte ich das machen. Beziehungsweise hab den Checkpoint geholt. Wollte dann am nächsten Tag reingehen. Ja. Ist dann gefixt worden. Äh... Da war ich sauer. Ja, ich bin halt sauer, dass es... Dass halt der Try drin steht. Und jetzt ist da welches... Das heißt, es ist halt ein bisschen bottig, aber... Egal. Guckt eigentlich nicht. War auch damals ganz froh, wo ich noch den... Solo Riven hatte. Es fand ich schade, dass er nicht drin stand. Das ist noch der mit Hunter und mit... rumgedotsche. Das war cool. Was ich ja nicht irgendwie teilt nur... Spinner. Aber... Ja. Da hab ich auch sehr viel Zeit reingesteckt in den... in den Scheiß-Solo Riven. Bis ich da mal gerafft hab, ne... Wie ich die... die EZO, Clio und allem drum und dran... Bis das drin war, dass ich noch alles 6 hab und... klar. und dann halt auch noch der der match also zwei euro und dann hatte ich ein ding swipe ein ich lasse mich von der phalanx beim hochjumpen ja das ist jetzt der kollega ist auch schon ohne spiel ja du kannst gut ist bei dir jetzt das ist gespawnt also ja das stoppt nicht mehr mein gott ich glaube das ist mein wild er lässt sich einfach nicht schieben ok ich hab's offen ich renne ok du kannst du bist da, ich schieb du kannst ran oh mein gott nein was ist denn jetzt los man warum lassen sie sich nicht schieben ok du kannst bin drin ok was warnt der? du musst tocken wenn der lebt überkommt achso achso du kannst noch dippen kannst noch dippen ich steh jetzt raus kannst ran bleiben ja du musst meine plate wahrscheinlich kräppen alles gespawnt alles gespawnt by the way ok dann der runner ist so scuffed alles wird alles wird ich konnte eh nicht ran also wir haben keine Zeit verloren ok ok du kannst 2 ok du kannst 2 ist das der letzte? weiß ich nicht also ich hab 2 geschoben ist der gespawnt bei dir? jaja ist schon keiner jetzt gerade kill die weibern bei dir hast du runter geschaut? er ist unten ja ja tuk 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 nach dem mittleren ding ich komm raus ja ja ich bin dann einfach runter gerannt äh hast du das Relikt für die Schilder? ja habe ich ich habe ich hab 2 galauern gerade ich bin voll ja ich hab jetzt 4 ich stell mich oben in die Mitte und liege von dort ich hätte auch noch keine Ahnung wie viel Bricks gehabt alles gut sind noch keine Weibern nächstes nächster spawnen müssen die Weibern sein ja ich tue jetzt denn das ja Weibern ich mach rechts und Mitte rechts ist tot Mitte auch ja ja guck dir den Clip an ich 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 es ist alles schief gegangen bei mir ja ja es ist es wird sehr sehr viel schief gegangen aber das ist so weißt du das ist halt das Ding es ist ein richtiger wehrengel ich ich weiß nicht ob mein Herz es aushält oh man okay lass mich noch meine mods ändern und so ne ich muss eh kurz das Video gucken ja lass dir Zeit ich will da ganz 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 ähhhhh Spielst du... was für ne Waffe spielst du? Einer K. Ok, hast du Weak & Clear dabei? Ja Ok, dann brauch ich das nicht mitnehmen Spielst du sie verkacken Denk dran, lieber ne Fusion-Nade weniger werfen beim Boss und dafür eine abhaben, ne? Ja Das ist das Ding, das ist ein einzig wichtiger Ich check schnell Ok Beltrifle für Harpion zum Köln Ja, hab ich Hast du auch Icarus Dash und alles Tote deine Sachen nochmal Doppelt das so So pp Weil mein... mein shit ist halt komplett egal Ich hab nur... Ja, ich hab alles Ich hab alles Ich hab alles Ja Dann dir hin Oh no Und dann dir nach vorne Ja, alles Das auch Heat Rises, ne? Ja, hab ich drin Habe ich drin Ok Bist du sicher, dass du alles hast? Ja, ich bin mir wunderschöns sicher Ok, dann 3 2 1 Hör auf zu zittern, Hans Hör auf zu Hör auf zu Nö 1 2 X 2 1 2 2 Venus 6-5 Laut 6-5 Scheiße! was ist das 5 2 5 2 ja los ja 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 Ich will noch 3-4 5-2 5-2 5-2 2 oder 3? 5-2 5-2 5-2-3 5-2-5-2 5-3 5-3 5-3-1 5-3-1 5-3-1 Los 5-3 Keine Donaten mehr Lass mir mal ein paar Sachen leben, damit ich die töten kann fürs Floaten Wir können den auch einfach links killen, dann respawnen die Ja, das ist gut Unschek HS 5-3 6-3 7-2 6-3 6-3 Maas 6, 1 6, 1 6, 1, 3 6, 1, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 2 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5, 1 4, 5 5, 5 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 7 5, 7 5, 7 6, 7 6, 7 6, 7 7, 8 7, 9 7, 9 9 10